Lady Gaga, die Drohnenkriege und der Superbowl. Ich interessiere mich ja für diesen komischen Superbowl eigentlich nicht, aber wenn man so die Online-Berichterstattung anguckt, dann bleiben einem bestimmte Sachen einfach nicht erspart. Und das war eben in dem Fall die Halbzeit-Show von Lady Gaga in dem gesamten Superbowl-Ereignis. Und ich habe mir das mal angeguckt. Ich kann euch jetzt das Video natürlich hier nicht einspielen, aber ich kann es live verlinken. Live verlinken ist also toll, gell? Schaut es mal auf die Infokarte. Das sieht dann, für alle, die jetzt zu faulsinnig ist, anzugucken, schon recht beeindruckend aus. Die Tante steht da auf diesem Dach dieses Stadions und dann trellert die halt so lustig vor sich hin und man sieht im Hintergrund, da schöne Sterndal habt ihr hier, gell? Und dann trellert sie so weiter und dann formieren sich diese Sterne, also diese Wolken langsam, also ändert die Farbe und formieren sich dann so. Ihr könnt schon euch denken, so war's. Wenn nicht, will ich es euch jetzt nicht spoilern. Und dann trellert die noch so ein bisschen und dann hüpft die halt in das Stadion und dann kann sie es sich nicht nehmen lassen und trellert dann sogar lustig weiter. Okay. Was dann nachher rauskam oder was eben auch berichtet wurde, ist eben, dass das jetzt 500 waren, 500 synchronisierte Drohnen waren, die da im Himmel da vor sich hinter-bzzz-machen, synchronisiert mit sich selber, gegenseitig eben auch verschiedene Farben und Positionen annehmen können. Das Ganze scheint sogar fehlertolerant zu sein, dass eben jetzt die Drohne mit der wenigsten Batterieleistung bla 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 optimiert, bla 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 bla, Techno-Bubble, Marketing-Bubble interessiert keinen. Sieht cool aus. Und kaum fängt man an, ein bisschen nachzubohren, weil irgendwie hatte ich so einen Verdacht. Es kam mir etwas unplausibel vor, dass sie das live gemacht haben. Es kam nachher raus, dass die ganzen Regularien es natürlich nicht erlauben, dass auf dem Dach oder über dem Dach oder wie auch immer eines vollbesetzten Stadions so etwas abgehalten wird mit 500 Drohnen. Und was haben sie natürlich gemacht? Blä zahnt sie ja auch nicht. Sie haben das in der Woche vorher live aufgezeichnet. Ist klar. Wo ist jetzt da mein Problem? Sie haben das live aufgezeichnet. Man sieht da ein paar farbige Lichtpunkte. Macht das eigentlich noch einen großen Unterschied, wenn diese Aufzeichnung dann natürlich den Fernsehzuschauern und den Zuschauern in diesem Saal, ich nenne es mal Saal, so eingespielt, wie wenn sie real wäre und das eh keiner live sehen kann, macht dieses live Aufzeichnen eigentlich einen Unterschied zu einer Produktion, die ich im Studio nachträglich einfüge, eben bei so etwas, wo ich eigentlich nur Lichtpunkte animiere? Die Frage sollte schon erlaubt sein, was das Ganze eigentlich bringen soll, bis auf diese nachträgliche Berichterstattung in bestimmten Medien. Man kann also diese ganze Show mögen oder nicht, aber irgendwo bleibt dann doch etwas nervig die Frage im Raum stehen, was live und real inzwischen noch bedeuten sollen. Wozu soll diese ganze vorproduzierte Drohnen-Show denn überhaupt noch gut sein, wenn der Live- und der Fernsehzuschauer den Act nicht mehr von einem nachträglich animierten unterscheiden können? Der einzige Zweck der Übung liegt doch bloß noch in der Berichterstattung dieser enormen Leistung, aber nicht mehr und nicht weniger. Für den Zuschauer war dieser Stunt vollkommen risiko- und bedeutungslos. Wenn aber das Risiko, solche Acts live zu machen, nicht mehr akzeptabel ist, dann lasst es doch bitte ganz bleiben und bastelt keine derartig lächerlichen Hybridlösungen. Live is live. Wir sehen uns beim nächsten Mal.